Vielen Dank für alle! Auf Wiedersehen! Befinde ich mich seit letztes Jahr, Anfang Dezember, im Trainingslager. Unter Auslösung sämtlicher besonderen Feiertage habe ich mir das Gelbchen-Pro erarbeitet. Du warst dabei, als das Trainingslager anfing, auf Weihnachtsmarkt. Weiß das, was für Schmerzen sein könnte? Ich werde schon nicht vor allem angegangen. Und der Haarsteller hat das Lektor nicht mehr. Ich werde schon mal bereichen. Ich werde schon lange, oder? Ohhhhhhhhh. Ohhhhhhhhhh. Wir sind ja immer wieder. Wir sind ja auch.